Herr Generalvikar, Burundi ist ein sehr armes Land mit vielen wirtschaftlichen Problemen, sozialen Problemen. Welche Rolle spielen die Pfarreien oder auch Basisgemeinden bei der Entwicklung, bei der Hilfe für die Menschen in diesem Zusammenhang? Ja, die Kirche in Burundi spielt eine große Rolle, weil die Pfarreien immer einen Treffepunkt sind. Burundi ist zu klein, hat keine richtige Entwicklung und die Kirche hat die große Entwicklung im Dorf, in der Erziehung, in der Schule, hat auch Krankenhäuser gebaut und die Kirche möchte wirklich eine große Hilfe für die Sozialarbeit für die Stadt geben. Ja, zeitlang die Kirche ist dort eine große Trägerin der Sozialarbeit gewesen. Vielen Dank.